Einfach putz! Selbst zehn Jahre danach kommen sie hier noch an atomares Material, und zwar viel. Inklusive einem gewissen Imran Sakhaev. Natürlich konnten wir das nicht zulassen. Geld für verbrauchte Brennstäbe? Klingt nach einem Vernichtungsrezept. Das war das erste Mal, dass unsere Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg einen Exekutionsauftrag erteilte. Ich stand unter dem Kommando von Captain McMillan. Vor 15 Jahren. Zu hohe Strahlung. Wir müssen außen herum. Mehr nach bloß nicht aufhalten. Ich hab' gar nichts gesehen, Alter. Vorsicht! Hier ist alles radioaktiv verseucht. Wenn du zu viel aufnimmst, bist du tot. Bereithalten. Kontakt. Feindliche Patrouille direkt vor uns. Unten bleiben und nur langsam bewegen. In unseren Tarnanzügen kann man uns nicht sehen. Einen ausschalten, wenn der andere nicht hinsieht. Sлушай, Sakhaev platet ihm gute Dinge, um diese Territorie zu patrouillieren. Er ist erledigt. Gute Nacht. Bewegung. Bisschen Snipern. Moment. Auf der anderen Seite haben wir mehr Deckung. Vier Ziele sind drin. Denk nicht mal dran. Dort warten. Ziel am Wagen. Leise ausschalten oder ziehen lassen. Deine Entscheidung. Okay. Los. Aufrücken. Keine Bewegung. Da ist ein Posten im Kirchturm. Und eine Patrouille kommt von Norden. Nach oben. Da haben wir eine bessere Sicht. Hast du freie Sicht auf die Wache? Er ist im Turm. Das ist der falsche Turm. Er liegt weiter rechts. Hast du freie Sicht auf die Wache? Sie haben uns. Feuer eröffnen. Er ist der falsche Schmerzen. Ja klar, dass ich wieder Elzfeld saue. Was zur Hölle war das? Willst du uns umbringen? Bewegung und mach das nicht noch mal. Mir hinterher. Sehr gut. Alles klar hier. Hast du was gehört? Feindlicher Helikopter, runter. Im Schatten bleiben. Los geht's. Er hockt sich hinter die Mauer und ich hocke mich aufs Feld, ne Alter. Im Schatten bleiben. Runter, sofort. Langsam, Kumpel. Es sind so viele. Lass sie gehen. Bleib unauffällig und nicht feuern. Versuch ihre Wege voraus zu sehen. Wenn du manövrieren musst, mach es langsam und vorsichtig. Keine schnellen Bewegungen. Verdammt, unsere Deckung ist weg. Verdammt, unsere Deckung ist weg. Ich weiß, dass du es besser kannst. Ihr könnt aufhören zu schießen. Runter, sofort. Langsam, Kumpel. Es sind so viele. Lass sie gehen. Bleib unauffällig und nicht feuern. Versuch ihre Wege voraus zu sehen. Wenn du manövrieren musst, mach es langsam und vorsichtig. Keine schnellen Bewegungen. Einfach liegen bleiben. Okay, dann los. Sachte und ruhig. Okay, dann los. Mehr nach. Sieht so aus, als hätten sie bereits alle erledigt, die sie nicht kaufen konnten. Nach oben. Da haben wir eine bessere Sicht. Es wird nicht leicht, sie auszuschalten, ohne die anderen zu alarmieren. Andererseits schleicht sich niemand an ihnen vorbei. Du bist dran. Was soll ich jetzt machen? Kann es sein, dass sie dir immer den gleichen reinschmeißen? Kann es sein, dass sie dir immer den gleichen reinschmeißen? Ich bin in Position. Feuern, sobald du bereit bist. Wir wurden entdeckt. Macht die fertig! Los! Die das wort heimlich hat keine besondere bedeutung für dich oder hatte ich noch nie irgendwie so im griff im schatten bleiben zurückbleiben unten bleiben der gehört mir so wird das gemacht es geht es geht es geht es geht es geht Ich bleib unten. Wie darf ich? Pssst. Verdeckt bleiben. Aufrücken. Da lang. Los jetzt. Das ist eine Versammlung hier draußen. Auf mein Zeichen rücken wir ab. Bleibt direkt hinter mir. Moment. Okay. Los. Los geht's. Was ist Kacke unterm Schuh? Du. Es kommt ein Truck. Die benutzen das Deckung. Bewegung. Man sieht das ja auch nicht, ne? Was ist Kacke unterm Schuh? Geduld. Jetzt nichts überstürzen. Bereithalten. 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 Los. Bereithalten. Los. Bereithalten. Los. Gesehen. Bewegung. Hier lang. Bin schon hinter dir. Keine Bewegung. Scharfschütze. Notausgang im dritten Stock. Da vorne. Ausschalten. Sonst verrät er unsere Position. Seh nicht. Er ist am Notausgang. Im dritten Stock. Im dritten Stock. Siehst du den Scharfschützen? Notausgang. Dritte Etage. Nein, ich sehe ihn nicht. Da, ja. Gott. Unsere Deckung ist hin. Ja. Da konnte ich nichts machen. Aber jetzt weiß ich wenigstens wo der ist. Bereit. Los. Dran bleiben. Niemand hat ausgesehen. Bewegung. Hier lang. Wunderschön. Ausrücken. Wunderschön. Wenn ich laufe, bin ich schneller als er. Bereich gesichert. Bereich gesichert. Halt. Vergiss es. Das ist nur ein Fehler, Köter. Der sieht nicht allzu freundlich aus. Abstand halten. Wunderschön. Wir müssen nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Wir müssen nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Sicher. Aufrücken. Na komm. 50.000 Menschen haben in dieser Stadt gelebt. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Damals war es ja richtig heftig. In Tschernobyl. Ihr könnt ja mal da hingehen. Es gibt ja so eine, glaube ich, so eine Touristenattraktion, die nach Tschernobyl fährt. Kriegst du so einen Geigerzähler in die Hand und je höher desto gefährlicher ist es. Da lang. Los jetzt. Da lang. Los jetzt. Ich bin vorher auf den Kopf gesprungen. Da ist das Hotel. Wir sollten die Übergabe von dem oberen Stockwerk daraus beobachten können. Dann gehen wir. Alles klar. Alles klar.